Grüß euch Leidl und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder Skaten. Das ist mein letzter Tag, wo ich mit dem Tecno-Skaten werde. Weil es halt schon ziemlich fertig ist. Und ich habe mir auch schon einen Like besorgt. Ich werde es in dem Video noch tauschen. Und jetzt würde ich noch einen Pop-Shop anreißen damit. So, jetzt machen wir den ersten Tag. Okay. Outro Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Mann! Ja! 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 Ja!